Bitcoin for Next Move, wo dieser hingehen kann, welche Levels diesbezüglich interessant werden und vor allem wo wir Trade-technisch jetzt aktiv werden können, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Tradeon Air. Ja, wir sehen uns wie immer Bitcoin und Ethereum im Detail an, gehen hier gerade auf die kleineren Zeiteinheiten darauf ein, welche Levels heute wichtig werden und wie gesagt, wo wir in mögliche Short- oder Long-Trades eben einsteigen können. Bevor wir anfangen, eins wie immer noch, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet, auch die Glocke aktivieren. Über den Kommi, um den YouTube-Algo zu pushen, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Gut, starten wir rein, Kryptomarker-Besierung mit 2,2% im Plus, nach wie vor über der 1 Billionen US-Dollar-Marke. Bitcoin hier mit 1,5% im Plus, notieren hier leicht über den 23k Ethereum bei den 1600 US-Dollar mit 3,5% tatsächlich gegenüber der letzten 24 Stunden im Plus. Gehen wir auf die Ausweisung noch am Kryptomarkt ein, einmal hier Uptos mit fast 40% Step in GMT, legt immer noch nach, hier mit 22% Dezim Plus, Mina mit 17, Optimism mit 16, also nach wie vor einiges am Altcoin-Bereich, was hier sich noch erholt. Nach unten raus gibt es sehr wenig, einmal den Bitcoin SV mit 1,4%, sonst noch Quant mit 1,5%, aber sonst eigentlich hier so gut wie nichts bei den Top 100 Altcoins. Damit gehen wir jetzt auf den Bitcoin-Chart und das Ganze hier, wie gewohnt, erstmal auf dem Daily-Time-Frame. Grundsätzlich, jetzt das wichtigste Level nach wie vor nach oben und raus, unsere 23.800 US-Dollar, eben unser Week, den wir mit dem Vortrag eben gestern gebildet haben, sollte dieser per Daily-Close verlassen werden, grundsätzlich das Ganze bullish zu werden. Sollten wir jetzt hier unterhalb dieses Levels schließen, bei den 22.287 US-Dollar, eben unseren Week hier links mit diesen beiden Daily-Candles, dann ist es grundsätzlich erstmal bearish zu werden und hier kann es auf Daily-Time-Frame in die Region von den 21.200 US-Dollar dann relativ schnell gehen. Gut, gehen wir auf den 4-Stunden-Time-Frame und hier wie immer ganz kurz für die, die noch mal zum Kanal sind, auf den übergoldenden Count ein. Wir gehen hier nach wie vor davon aus, dass wir uns seit unserem All-Time-High eben in einer WXY-XZ-Bewegung befinden, jetzt hier eben demnach in der letzten Welle Z sind. Da hat sich auch nach wie vor noch nichts dran verändert und wir jetzt eben diese Welle Z nochmal unterteilt haben ins WXY, sprich hier runter in einer W, jetzt hoch in einer X. Wir gehen auch nach wie vor davon aus, dass es sich hier um eine X handelt, um dann in einer Y nochmal in Richtung Lolo abzuverkaufen und jetzt wird es hier ganz wichtig, denn es gibt die Möglichkeit, dass es sich hier auch bereits um den Boden gehandelt hat, nämlich wenn wir jetzt hier einen ersten Impuls, sprich einen 5-Teiler nach oben hin raus ausbauen. Aktuell haben wir es ja, wie ihr es sehen könnt im Chart mit einem 3-Teiler, sprich hoch in der A, runter in der B und jetzt hier hoch in der C. Und jetzt wird es sehr interessant, sollten wir proportional, muss das natürlich auch passen, hier dann einen Wellen 4-Retrails reinbekommen, um dann nochmal mit einem Higher High, eben mit einer 5 hier nochmal in Richtung Higher High zu gehen. Dann haben wir einen Impuls ausgebaut und unserer Meinung nach steigt demnach die Wahrscheinlichkeit extrem, dass es sich hier bereits um den Boden gehandelt hat und wir dann hier antizyklisch mit einer Welle 2 hier nochmal auf jeden Fall einsteigen können. Würden wir euch aber sowieso in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe und natürlich in der Talk-News-Gruppe up-to-date halten, sollten wir hier irgendwelche Spotkäufe tätigen. Gut, gehen wir auf den Stunden-Timeframe und hier können wir erstmal sehen, wie haben wir unsere gelbe C aktuell nochmal unterteilt und zwar übergeordnet in den grünen 5-Teiler, sprich hier unten ein kleines 1-2 hoch in der 3. Und jetzt gibt es hier eine sehr hässliche 4, die wir auch gestern versucht hatten zu traden, mit einer halben Risikoeinheit, ist uns ordentlich in das L gelaufen, durch diesen extremen Push hier nach oben. Wir gucken uns gleich natürlich auf den kleineren Zeiteinheiten an. Hier könnt ihr schon mal eine neue Trade-Idee sehen, kommen wir ebenso nochmal gleich dazu. Falls ihr aber solche Trades nicht verpassen wollt, auch wenn es gerade ein bisschen so eine dürre Phase ist, kann man da denke ich dazu sagen, falls ihr trotzdem solche Signale nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne mal in unsere kostenlose Telegram-Signalgruppe kommen. Die ist, wie wir in der Bildschreibung verlinkt, ist natürlich, muss dazu gesagt sein, keine Anlageberatung, so traden wir es in unseren Trades. Ihr könnt diese nachmachen, müsst das aber natürlich nicht. Aktuell, wie gesagt, leichte dürre Phase, aber auf jede schlechte Phase folgt eine bessere oder eine gute Phase. Deshalb, wie gesagt, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal auschecken, kommt auch monatlich ein Trade-Register rein, wo wir eben alle Trades, die wir mit dieser Gruppe genommen haben, getrackt haben. Sprich, da könnt ihr euch auch erst gerne mal selbst ein Bild davon machen. Ebenso in der Videobeschreibung verlinkt ist unsere Talk-News-Gruppe, falls ihr einen Austausch in der Community haben möchtet oder einfach mal so kleinere Trade-Ideen, Updates von unserer Seite aus nicht verpassen möchtet. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich direkt auf den 15-Minuten-Time-Frame. Hier spielt letztendlich die Musik. Und zwar hat sich Bitcoin hier für einen sehr hässlichen Chart entschieden. Unser Meinung nach sind wir jetzt nämlich hier runtergekommen in einer W hoch in einer X, da diese, ja klar, dreiteilig ist, um dann jetzt nochmal in einer Y nochmal abzuverkaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es sich hier um eine Truncation handelt und wir jetzt hier das folgende sehen, und zwar hier in 1, 2 gesehen haben, hoch in einer 3, jetzt hier runtergekommen sind in einer 4, die aber sehr impulsiv aussieht, und jetzt eben nochmal in Richtung high-high gehen und dann hier unser Top ausbauen. Dann würde interessant werden, die 23.870 US-Zöller, eben hier unser 2.618er, leichtes minimales high-high, wo wir auch gegebenenfalls einen Trade eben platzieren werden. Zusätzlich kommt hier nochmal das 0.887 da rein. Müssen wir letztendlich gucken, je nach innerer Struktur natürlich nochmal der 5. Aber das wäre nach wie vor noch eine Möglichkeit, wenn wir, muss dazu gesagt sein, wenn wir die 22.8 nicht rausnehmen, sollte dieses Low hier fallen, wird diese Idee letztendlich invalide. Sprich, da müssen wir uns jetzt erstmal das Ganze hier einfach vom Chart erstmal anschauen, denn grundsätzlich kann es sich hier aktuell noch um ein Triangle handeln, sprich, runter in der A, hoch in der B, runter in der C, nochmal in der D, E, um dann hier unsere 4 zu finishen, um dann in Richtung high zu gehen. Wie gesagt, müssen wir jetzt heute erstmal abwarten, was sich jetzt hier tut. Sollten wir aber dieses Low rausnehmen, handelt es sich sehr wahrscheinlich danach, wie wir uns jetzt hier aktuell eben im Chart befinden, sprich mit dem W, X, Y, runter in der W, hoch in der X, und jetzt eben in der Y runter. Dann der nächste übergeordnete Supportbereich vom W, X, hier bei den 22.080 US-Dollar, und zwar unser 1618er. Danach würde unser 0.26er hier interessant werden, angelegt von unserer grünen 2 bis zu unserem high der grünen 3, kommt hier das 0.26er rein, bei den 21.750 US-Dollar, sprich hier ebenso nochmal ordentlich Support. Und sonst kann es hier je nach innerer Struktur natürlich auch nochmal weiter runtergehen, in die Region vom 0.382er. Bei den 20.700 US-Dollar müssen wir natürlich je nach innerer Struktur auf jeden Fall nochmal schauen, würden wir euch in der Token-News-Gruppe up-to-date halten, denn grundsätzlich können wir auch natürlich hier schon mal Targets reinladen, muss natürlich aber nicht sein, dass hier bereits die B gefinisht ist, würde sich ebenso nochmal mit 0.26er überschneiden. Wie gesagt, muss man jetzt aber gucken. Erstmal abwarten, handelt es sich hier ums Triangle, und wir kriegen eventuell nochmal ein higher High, dann können wir das Ganze hier oben auf jeden Fall shorten, oder wir nehmen jetzt unser Low raus, dann überlegen wir hier unten definitiv in den Long-Dread einzusteigen, mit natürlich einem passenden SL, dass wir hier auf jeden Fall dann sicher sind, und unsere Dürre-Phase dann auch mal beenden. Gut, gehen wir rüber in Ethereum, und das Ganze hier erstmal auf den 4-Stunden-Timeframe, und zwar auch hier gehen wir übergeordnet nach wie vor davon aus, dass wir uns in der letzten Welle Z eben befinden, hier in Richtung Low-Low-Low, diese analog zu Bitcoin unterteilt in WXY, sprich runter in der W, hoch in der X, hier auch nach wie vor, um dann nochmal in einer Y eben abzuverkaufen. Oh, hier können wir direkt mal auf den Stunden-Timeframe gehen, hatten das Ganze ja nochmal als ABC auch hier gecountert. Hier ist dasselbe Spiel, sollten wir hier einen klaren 5-Teiler ausbauen, handelt es sich auch hier sehr wahrscheinlich um den lokalen Boden bei Ethereum, und hatten jetzt eben nochmal diese gelbe C in den 5-Teilen unterteilt, sprich auch hier 1, 2, 3 hoch, und jetzt eine sehr hässliche 4, auch hier mit einer überschießenden X, und gegebenenfalls in der Transcreation, auch hier möglich wie bei Bitcoin, sprich es wäre möglich, dass wir uns hier in einem WXY eben bewegt haben, hier unten dann unsere 4 eben ausgebildet haben, und jetzt ebenso auch hier 1, 2, Moment, das habe ich jetzt falsch angezeichnet, hier eben 1, 2, 3, 4, 5 eben reinbekommen. Gleiches Spiel auch hier, dürfen wir dann das Low eben nicht rausnehmen, hier liegt es bei den 1.575 US-Seller, solange wir das nicht rausnehmen, kann es sich hier noch eben um ein Triangle handeln, beziehungsweise ich kann auch mal ein bisschen näher rangehen, kann es sich hier eben um ein Triangle handeln, um dann eben nochmal in Richtung High-High letztendlich zu gehen. Dann müssen wir natürlich letztendlich hier auch auf die innere Struktur schauen, ob wir hier mögliche Trades eingehen können, aber da würde uns dann Bitcoin auf jeden Fall besser gefallen. Gut, nehmen wir das Low raus, dann das Ganze hier wie im Chart mit WXY, dann der nächste wirklich markante Support-Bereich bei den 1.500 US-Seller, eben hier kommt einmal das 0.26er rein und unser 1.618er angelegt über das WX und unser 0.32er bei den 1.447 US-Seller in Kombi mit der Ineffizienz, unser 0.5er auch interessant in Kombi mit dem 2.618er bei den 1.400 US-Seller, sprich bei Ethereum hier drei markante Support-Bereiche nach unten raus, sollten wir jetzt hier unser Low bei den 1.575 US-Seller verlassen. Sollten wir das nicht verlassen und unsere Triangle-Version, die ich gerade schon angesprochen habe, reinbekommen, dann geht es hier sehr wahrscheinlich in Richtung unseres Golden Pockets nochmal bis an die Oberkante, bis zu den 1.711 US-Seller. Zusätzlich kommt dann hier oben nochmal unser 2.618er rein, letztendlich die 1 angelegt hier an unser aktuelles Low, weil es jetzt wirklich in Richtung High-High gehen sollte. Wie gesagt, da müssen wir uns aber erst einmal heute die Daten vom Markt geben lassen. Gut, und das soll es in der Stelle auch schon gewesen sein. Falls irgendwelche Fragen zum Count, zu den Levels offen sind, unbedingt entweder in den Kommentaren oder in der Talkie-News-Gruppe dalassen. Das wird auf jeden Fall euch schnell antworten können und sonst würde ich sagen, Trading ist raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen früh regulär im Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.